Ihr individuelles Funktionsmuster in 15 Tagen. Im Vorteil mit FÜTEK. So geht agile Hardwareentwicklung. Funktionen im Online-Konfigurator auswählen, Platzierung auf der Basisplatine festlegen und abschicken. In nur 15 Arbeitstagen und zum Festpreis von 990 Euro erhalten Sie Ihr frei konfiguriertes Funktionsmuster. Der FÜTEK Rapid Demonstrator Service ist die perfekte Lösung für Konzept- oder Machbarkeitsprüfung Ihres Neuprojekts. Er kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn die gewünschten Funktionalitäten deutlich von denen unserer Standard-SPCs abweichen. Sie erhalten in nur 15 Arbeitstagen Ihre spezifische Demonstrator-Elektronik inklusive montiertem FICORE IMX 6 System & Module mit vorinstalliertem Bootloader und angepasstem Device Tree. Unser Angebot beinhaltet alle notwendigen Schritte wie Schaltplan, Layout-Erstellung, PCB-Produktion, Bestückung, Basis-Inbetriebnahme und Device-Tree-Anpassung. Sie benötigen Unterstützung? Unsere Rapid Project Service Hotline führt Sie durch die Konfiguration oder übernimmt die Zusammenstellung gemäß Ihren Anforderungen. Der Inbetriebnahme-Support für Ihr Funktionsmuster ist ebenfalls schon im Preis enthalten. Das Funktionsmuster passt? Dann übernehmen wir in Zusammenarbeit mit Ihnen die Serienqualifizierung oder Weiterentwicklung zum Serienprodukt. Dank der industrie-tauglichen Schaltungsteile des Demonstrators ohne große Designrisiken. FÜTEK ist Ihr Partner für agile Hardware-Entwicklung. Kommen Sie mit uns ins Gespräch über Ihr Projekt.